Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wal asr. Allah subhanahu wa ta'ala schwört bei der Zeit. Welche Zeit ist hiermit gemeint? Die Zeit im Allgemeinen, eine bestimmte Zeit. Hier gibt es verschiedene, wa alaikum salam wa sallam. Hier gibt es verschiedene Meinungen unter den Gelehrten. Die Mehrheit der Gelehrten sagt, damit ist allgemein die Zeit gemeint. Das Leben an sich, das gesamte Leben, die gesamte Zeit. Allah subhanahu wa ta'ala schwört hier im Allgemeinen bei der Zeit. Und das ist, wie gesagt, die Meinung der Mehrheit der Gelehrten. Andere Gelehrte sagen, mit der Zeit hier ist die Zeit eines Menschen gemeint. Also sozusagen das Leben eines Menschen. Wenn ich sage, die Zeit von Ibn Taymiyyah. Die Zeit von Ibn Taymiyyah. Was meine ich damit? Dieser Zeitabschnitt, wo er gelebt hat. Also seine Lebensdauer. Wenn ich sage, die Zeit von Ibn Taymiyyah. Asr Ibn Taymiyyah. Da meine ich damit, seine Zeit. Und auch das ist ein Tafsir von den Gelehrten. Also das ist die Zeit vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam ist. Ebenso gibt es ein Tafsir von den Gelehrten. Und zwar, dass das eine Ummah ist. Wenn ich beispielsweise sage, die Zeit von Musa alaihi wasallam. Das damit, was diese Gemeinschaft von Musa alaihi wasallam gemeint ist. Die Zeit von Isa alaihi wasallam. Also die Gefolgschaft oder die Ummah von Isa alaihi wasallam. Und genauso auch, dann hier in diesem Vers, welche Gemeinschaft? Die Gemeinschaft des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Ja, dass Allah subhanahu wa ta'ala darauf geschworen hat. Ebenso gibt es eine Meinung unter den Gelehrten. Und zwar, dass Allah subhanahu wa ta'ala hier in seiner Aussage, wal asr, schwört auf den letzten Zeitraum am Tag. An dem wir uns jetzt also gerade befinden. Dass Allah subhanahu wa ta'ala auf diesen Zeitraum schwört. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt was? Bei der Zeit, der Mensch ist im Verlust. Und genau dieser Zeitpunkt, in dem wir uns gerade befinden, dieser Zeitraum, ist im Regelfall genau der Zeitraum, wo die Menschen merken, dass sie ihren Tag verschwendet haben. Dass sie ihren Tag verloren haben. Und dass sie was? Dass sie im Verlust sind. Jetzt im Regelfall, oder vor einigen Minuten, vor einer Stunde, vor zwei Stunden, kommen sie von der Arbeit, kommen sie von ihren weltlichen Angelegenheiten und merken was? Ich habe nichts für meine Akhra mitgenommen. Ich habe nichts für mein Jenseits mitgenommen. Ich war den ganzen Tag nur damit beschäftigt, meine Euros in die Taschen zu kriegen. Und habe was verloren? Ich habe meine Annäherung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Das stellt sich wann heraus? Im letzten Zeitraum des Tages. Und so sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wal Asr, bei der Zeit, der Mensch ist im Verlust. Ebenso gibt es eine weitere Meinung unter den Gelehrten, die ziemlich ähnlich ist, wie die gerade eben. Und zwar, dass damit allgemein der Zeitraum vom Asr-Gebet ist. Also auch der Zeitraum, in dem wir uns jetzt befinden. Aber das ist etwas weitreichender. Und manche Gelehrte sagen, in dieser Aussage, wal Asr, damit ist das Asr-Gebet gemeint. Also Allah subhanahu wa ta'ala schwört hier nicht bei der Zeit, sondern bei was? Bei diesem Asr-Gebet. Und auch hierfür haben sie starke Beweise. Denn das Asr-Gebet ist ein sehr gewaltiges Gebet. Gebet.